Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Susan Hiet, Love & Life Beraterin. Was ist eine Love & Life Beraterin? Das ist die Frau, die dem Menschen hilft, glücklich zu werden. Wobei denn eigentlich? Naja, bei der Liebe, im Leben, bei der Lebensfreude, bei allem, was ihnen gut tut. Zum Beispiel, dass sie ihren Liebeskummer vergessen, dass sie ihren Traumpartner finden, dass sie ihre Partnerschaft wieder flott kriegen, eine dauerhafte Partnerschaft führen, dass sie auch in der Sexualität glücklich sind, ein wichtiger Punkt, und dass sie mutig werden, dass sie sich trauen, Grenzen zu überschreiten, nicht Angst haben, sondern sagen, sie können. Yes, I can. Susan Hiet, wie bin ich denn zu meinem Job gekommen? Ich sehe es nicht als Job, ich sehe es als Berufung. Nicht nur, weil mir Astrologen gesagt haben, Susan, du musst Menschen helfen, glücklich zu werden. Das sagt dein Geburtshoroskop. Was soll man da tun? Außerdem bin ich natürlich dazu gekommen, weil auch mein Leben geprägt ist von Aufs und von Abs. Die Abs betreffen natürlich sowohl die Liebe, genauso wie die Downs. Das war nicht immer prickelnd, absolut nicht. Harte Zeiten durchgemacht, sehr viel gelernt und auch gelernt, es geht immer weiter, es gibt immer eine Lösung und dabei möchte ich Menschen helfen. Nicht im therapeutischen Sinne, sondern wirklich ganz pragmatisch, dass man sagt, wenn man bei der Susan war, sehe ich wieder vorwärts, ich sehe die Lösung, ich schaffe das und die Frau hilft mir dabei. Ich unterstütze. Das andere müssen die Leute selber tun. Ich habe natürlich eine super tolle Website www.susan-hiet.de. Da gibt es immer ganz viel Neues. Da gibt es auch ganz viel Infos, natürlich über mich, zu dem, was ich mache, über meine Bücher. Kaufen Sie sich, sind echt super toll. Gibt inzwischen auch jede Menge E-Books. Es gibt Infos zu den Themen Liebeskummer, Partnerschaft, was immer Sie wollen. Es gibt das Coaching per E-Mail. Es gibt es per Telefon, sogar per Skype. Also weltweit bin ich erreichbar und Sie sehen, ich bin super sympathisch, aber auch super kompetent. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß immer eine Lösung und ja, ich freue mich auf Sie und sage bis dann. Tschüss. Ich freue mich auf Sie.